Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Heute gucken wir uns die Wochenende-Events an vom 30. September bis was auch immer dieses Wochenende. Heute startet ein Top-Up-Event. Für jedes unserer F-Coin-Pakete gibt es einen Bonus von 30% F-Coins extra auf den Basiswert oben drauf. Beispiel für 100 Dollar kriegt man 10.000 Basis-F-Coins plus 1.500 Bonus-F-Coins und da oben drauf dann die 30%, also 3.000 Event-F-Coins und ergibt insgesamt einen Gesamtbetrag von 14.500 F-Coins. Beginnt am 30. September, also läuft jetzt quasi schon und endet am 3. Oktober. Also ein verdammt langes Wochenende. Freitag bis Montag quasi. Und es gibt keine Begrenzung, wie oft ihr diesen Bonus, natürlich nicht, das Event Zeitraums erhalten könnt. Dann gibt es einen Night-Boost. Vom 1. Oktober bis anschließend 2. Oktober findet ein XP-Boost-Event statt. Euer Charakter erhält durch das Besiegen von Monstern 30% mehr XP, aber nur während es ingame Nacht ist. Das heißt effektiv bedeutet das einfach die Hälfte der Zeit, weil es ungefähr gleich ist, also Nacht und Tag. Das heißt, das Event läuft jetzt 2 Tage, aber dadurch, dass ja nur die Hälfte der Zeit der XP-Boost aktiv ist, ist es quasi effektiv ein 1-Tages-30%-XP-Event, weil es ja nur 1 Tag läuft quasi statt 2. Die Event-Zeiten hängen von der Sauerzeit ab, bla bla bla. Und zusätzlich findet noch ein Party-XP-Boost-Event statt, der endlich, ich meine das letzte war irgendwann im Juni oder Juli, also schon sehr lange her, also die meisten Leute konnten kaum erwarten, dass es endlich zurückkehrt, aber dieses Wochenende ist es endlich soweit. Vom 1. Oktober bis anschließend 2. Oktober findet ein Party-XP-Boost-Event statt. Eure Party, nicht euer Charakter, erhält durch das Besiegen von Monstern 30% mehr XP. Und das Ganze läuft auch 1. bis 2. Oktober, also genau 48 Stunden ab heute Nacht quasi. Und das war's, das waren die Wochenende-Events. Also, ich denke mal, man braucht hier nicht kommentieren, was ich davon halte. Was ich hier wirklich nur sagen will, und das finde ich wirklich, also das ist so ein Schlag ins Gesicht, und da muss man wirklich mal darüber nachdenken. Warum ist man so frech und sagt, die Cashawack... Also ich meine, natürlich weiß ich warum, ja, das ist eine rhetorische Frage, verdammt nochmal, antwortet nicht darauf, das ist eine rhetorische Frage. Warum macht man hier vom 30. bis 3. Gut, ich meine, das ist ja sowieso ein bisschen komisch mit 2 Uhr deutscher Zeit, normalerweise ist ja auch immer Serverzeit. Ist ja egal, auf jeden Fall läuft das hier auf jeden Fall 3 Tage. Darauf will ich hinaus. Und das hier läuft aber nur 2 Tage. Und da stellt sich mir dann einfach die Frage, wie greedy will man eigentlich aussehen? Also ich meine, ganz ehrlich, dann macht's doch wenigstens so, wenn ihr schon so greedy seid, und das Cash Event soll natürlich 3 Tage laufen, nicht nur 2 Tage, weil Freitag wird auch schon viel gegamed, deswegen soll es auf jeden Fall Freitag schon laufen, nicht erst Samstag, weil Freitag, Samstag, Sonntag wird am meisten gegamed. Und man will natürlich die ganze Gaming-Zeit abdecken mit einem nice Top-Up-Event. Ja, aber warum macht man denn dann nicht die anderen beiden Events auch 3 Tage? Also ich meine, die Events sind grottenscheiße. Also da kannst du dir, die könnten auch 7 Tage laufen. Nobody fucking cares. Also das ist halt einfach, also ich verstehe es einfach nicht. Warum hier nicht erst 30. bis 3. steht, beziehungsweise 30. bis 2. wie auch immer, wenn es Serverzeit ist, vollkommen egal. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Das ist so greedy. Also die sehen wirklich aus wie Habgierige sonst was. Also es ist halt wirklich lächerlich, muss man wirklich sagen. Also es ist einfach nur traurig. Und ja, das waren die Wochenend-Events. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit 5 Universe. Haut rein und ciao, 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 ciao.